Na? Paulus Publisist hat es ausgetrappert, alle haben nachgesagt. Oh, mit einem Sandskart. Was ist mit Sputifate? Er hat Nein gesagt. Ries Witteschwinzen? Stevie Wunderbar? Nein. Wilhelm Schmidt? Nein. Bradolf Pittler? Nichts. Der Führer? Nein. Wie kann ich eine Show machen ohne Celebrity? Ja Bruno, keine Sorgen, wir haben 24 Stunden Essen machen. Ha?